Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich so einen Doppelstabmattenzaun montieren und somit natürlich den Doppelstabzaun auch richtig aufstellen und vor allem auch einbetonieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte bei mir zu Hause mal so einen Doppelstabmattenzaun in der Höhe von 1 Meter an meinem Wegrand entlang aufstellen und hierfür habe ich mir schon mal zwei solche Gitterstäbe und natürlich auch drei Zaunpfosten besorgt. Das Ganze auf eine Unterlage gelegt, das es natürlich auch nicht zerkratzen kann. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns natürlich Gedanken machen, wo das Ganze aufgestellt wird, beziehungsweise müssen wir natürlich auch einen Anhaltspunkt haben, dass es am Ende nicht irgendwie zickzack verläuft und dass die Höhe vor allem auch gleich ist. Normalerweise nimmt man hierfür eine Richtschnur her, die kann man zum Beispiel zwischen zwei solchen Holzpflöcken spannen. In meinem Fall fällt das Ganze aber weg, da ich mich natürlich nach meinen Randsteinen hier ordentlich richten kann. Am besten machen wir unsere Betonarbeiten von den Randsteinen gleichzeitig mit den Betonarbeiten von unserem Zaunpfosten, dass wir am Ende natürlich auch ein großes Betonfundament haben und der Zaun noch einmal besser hält. In meinem Fall war das Ganze zeitlich nicht möglich, doch ich habe jetzt einfach mal hier den Beton etwas weggestemmt und es sollte am Ende für einen 1 Meter hohen Zaun, welcher ohne Sichtschutz ist, auf jeden Fall ausreichend sein. Wenn es also passt, müssen wir erst einmal ein Loch mit einem Durchmesser von circa 30 Zentimeter graben. Ich habe mir das Ganze jetzt mit einem einfachen Spaten einmal angezeichnet, beziehungsweise auch schon so leicht angestochen, dass ich natürlich weiß, wo mein Zaunpfosten reinkommt und normalerweise sollten wir natürlich auch hier noch einen Durchmesser von 30 Zentimeter haben. Da ich bei mir aber nur ein Halbloch mache, wird das Ganze mit 15 Zentimeter vollkommen ausreichen. Die Tiefe setze ich jetzt übrigens von meinem Randstein aus an. Mein Zaunpfosten ist laut Hersteller 50 Zentimeter zum Einbetonieren gedacht und ich möchte aber darunter noch einmal eine Schicht von 10 Zentimeter Schotter haben, weswegen ich mein Loch auf 60 Zentimeter Tiefe mache. Die Tiefe sollte auf jeden Fall passen und so gehen wir natürlich jetzt bei allen anderen Zaunlöchern genauso vor. Wenn ein Zaun am Ende übrigens doch etwas höher werden sollte und vor allem auch Sichtschutz drinnen ist, dann würde ich auf jeden Fall die Löcher mal noch mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter graben. Denn da gilt wirklich lieber etwas mehr Beton reinbringen, da nämlich auf so einen Zaun mit Sichtschutz wirklich enorme Windkräfte wirken können und wir auf gar keinen Fall haben möchten, dass der Zaun natürlich irgendwie am Ende kippen kann. Meine Löcher für die Zaunpfosten sind somit auch schon richtig vorbereitet und jetzt geht es mal darum, dass wir unser erstes Zaunelement auch schon mit zwei solchen Zaunpfosten hier richtig verschrauben. Wenn ein Zaun übrigens unter 1,6 Meter Höhe hat, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass diese Zacken nach unten schauen und nicht nach oben. Nicht, dass da zum Beispiel irgendwie mal ein Kind rüberklettern möchte oder wie in unserem Fall der Hund rüber springt, dann hätten wir das Problem, dass man sich hier auf jeden Fall stark verletzen könnte, wenn das Ganze nach oben schaut. Auch lasse ich in meinem Fall auf der einen Seite von dem Zaunpfosten noch etwas das Gitter überstehen, dass ich einfach am Ende hier zu meinem Holzhaus wirklich einen schönen Abschluss habe. Ich hebe mein Zaunstück also etwas an, schaue, dass es natürlich auch auf meinem Zaunpfosten drauf geht und jetzt geht es einfach darum, dass hier diese Halterung natürlich auch von unten in mein Zaunfeld reingeht, dass wenn das Gewicht später auf dem Pfosten wirkt, dass natürlich auch mein Zaunfeld hier richtig aufsitzt. Danach achte ich darauf, dass ich meinen Pfosten einmal noch so weit wie möglich rüberschiebe, da sperrt ja natürlich auch noch hier ein weiteres Zaunfeld von der anderen Seite zur Hälfte hin draufkommt und dann können wir das Ganze nämlich jetzt auch schon einmal festschrauben. Hierfür ist normalerweise so eine Befestigung immer mit dabei, die gebe ich jetzt einfach mal hier drauf und kann schon mal schauen, dass es auch per Hand anpackt. Wenn das Gewicht angepackt hat, dann am besten mal mit einem Akkuschrauber oder natürlich auch per Hand weiterschrauben und hier ist normalerweise auch beim Kauf so ein spezieller 5,5er Imbusschlüssel mit dabei. Den gibt es nämlich normalerweise sonst nicht im Handel. Danach die Schrauben gerne noch einmal per Hand etwas nachziehen und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auf jeden Fall auch schon unseren zweiten Zaunpfosten mal an den Doppelstabmatten Zaun anbringen. Auch beim zweiten Pfosten ziehe ich das Ganze immer relativ gerne noch per Hand nach. Da hat man einfach noch einmal etwas mehr Gefühl als wie mit dem Akkuschrauber. Und du kannst denke ich recht gut erkennen, dass bei dieser Methode unser Abstand von den Zaunpfosten jetzt beim Einbetonieren auf jeden Fall zu 100% stimmen wird, da wir das Ganze ja schon verschraubt haben. Die zweite Methode ist nämlich die, dass wir natürlich unsere Zaunpfosten einzeln im richtigen Abstand einbetonieren und wenn diese Pfosten dann fest sind, wir am Ende unser Zaunggitter noch einhängen können. Diese Methode empfehle ich auf jeden Fall, wenn du das Ganze schon öfters gemacht hast. Doch wenn du das zum ersten Mal machst, dann hast du einfach das Problem, dass wenn du am Ende zum Beispiel ein Pfosten um 1 cm leicht versetzt hast, beziehungsweise dieser auch leicht schief ist, dann passen dir deine Zaunfelder hier nicht mehr rein und du hast auf jeden Fall keinen Spaß bei der Arbeit. Nun geben wir aber wie gesagt noch ca. 10 cm Schotter in unser Loch hinein. Das hat einfach den Vorteil, dass der Zaunpfosten danach auf dem Schotter steht und von unten nicht mit Beton verschlossen wird. Im schlimmsten Fall kann es nämlich sein, dass hier innen drin Kondenswasser entsteht. Das Ganze ist von unten verschlossen, bedeutet, das Kondenswasser staut sich natürlich an und kann im Winter unseren Zaunpfosten aufplatzen lassen. Im nächsten Schritt können wir unser Zaunfeld jetzt auch schon dementsprechend mal in die Löcher hineingeben und hier empfiehlt es sich natürlich auf jeden Fall noch mit einer zweiten Person zu arbeiten, da wir das Ganze jetzt natürlich auch noch dementsprechend ausrichten müssen. Für die richtige Höhe kann man sich zum Beispiel eine einfache Holzlatte nahe unserem Zaunpfosten mal unter das Gitterfeld legen und dementsprechend den Zaun auch noch etwas weiter nach unten klopfen. Das Ganze werde ich übrigens mit einem ganz normalen Gummihammer und einer Holzlatte oben machen, aber in meinem Fall werde ich den Zaun auch noch etwas tiefer legen, also nicht so eine Holzlatte drunter, sondern einfach hier so ein kleines Eisenstückchen, da ich auf gar keinen Fall möchte, dass mein Hund später irgendwie mit seinen Pfoten unter diese Zacken drunter kommt. Da habe ich leider auch schon Geschichten gehört und die möchten wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Hierbei kontrolliere ich mir meinen Zaunpfosten übrigens schon einmal grob mit der Wasserwaage, nicht, dass ich den Pfosten jetzt anschließend auch irgendwie schief hineinschlage und dann kann ich das Ganze auch mal etwas tiefer machen. Von der Höhe her passt unser Zaun auf jeden Fall. Ich habe dann mal noch etwas Gewicht auf unseren Abstandshalter unten draufgegeben, dass der mir nicht irgendwie nach vorne überkippen kann und nun geht es einfach darum, dass wir mal schauen, dass unser Zaun natürlich auch hier von der Flucht noch richtig sitzt. Deswegen habe ich mir mal zwei solche Holzlatten hergeschnitten. Die eine Holzlatte habe ich schon relativ weit oben, natürlich wieder nahe bei meinem Zaunpfosten, durch das Zaunfeld hindurchgegeben und hier unten bei meiner Fuge angebracht und den zweiten Zaunpfosten, den gebe ich jetzt dementsprechend auch mal circa im 45 Grad Winkel hier durch und schaue, dass ich ihn mal etwas noch in meine Erde beziehungsweise in meinen Rasen reinklopfen kann. Den Zaunpfosten richte ich mir mit einer Wasserwaage jetzt ordentlich aus und dann geht es darum, dass wir unsere zwei Holzlatten mal relativ stark zusammenspannen, dass der Zaun natürlich auch nicht mehr hin und her wackeln kann. In meinem Fall reicht so eine relativ starke Klammer normalerweise vollkommen aus, doch du kannst natürlich auch zum Beispiel eine Schraubzwinge hier anbringen oder die zwei Holzlatten mit zwei Schrauben festschrauben. Dasselbe spielt bei unserem zweiten Zaunpfosten natürlich auch und dann können wir auch schon mit dem Betonieren beginnen. Ich verwende hier für ganz normalen Beton in 40 Kilo Secken und den mische ich mir nicht zu fest, aber natürlich auch nicht zu flüssig an, nicht dass er bei meinem Schotter irgendwie durchrutschen kann. Natürlich könntest du auch speziellen Ruckzuckbeton verwenden, der härtet einfach schneller aus, jedoch kostet der natürlich auch einiges mehr. Ich gebe also sauberes Wasser in meinen Mischeimer rein, danach meinen Beton und vermische es mit meinem Rührgerät. Die Konsistenz schaut super aus, deswegen ich den Beton mal in mein Loch hineinfüllen kann und jetzt überall gleichmäßig zum Beispiel mit einem Holzstück hinterher stampfe, dass sich natürlich auch keine Hohlräume darunter bilden können. Das erste Loch schaut auf jeden Fall super aus, die Höhe habe ich jetzt vom Beton so gewählt wie von meinen Randsteinen auch, circa 10 Zentimeter unterhalb meiner Randsteine, dass ich hier natürlich auch später noch etwas Erde draufbringen kann für meinen Rasen. Und beim zweiten Loch für den Zaunpfosten gehen wir natürlich genauso vor. Unser erstes Zaunelement steht somit auch schon richtig, das Ganze kann nicht mehr hin und her wackeln, der Beton kann auch in Ruhe hart werden und so gehen wir jetzt natürlich auch bei allen weiteren Elementen vor. Wir bauen das Ganze erstmal am Boden zusammen, bedeutet immer ein Feld und allen Pfosten zusammenschrauben und dann können wir dies natürlich auch dementsprechend bei unserem Pfosten hier anbringen. Danach das Ganze ausrichten, natürlich wieder eine ordentliche Befestigung hin machen und so gehen wir einfach Schritt für Schritt weiter. Für eine Ecke verwendest du am besten einen speziellen Eckpfosten, der hat nicht nur auf einer Seite so eine Halterung, sondern auf der anderen Seite auch, weswegen wir hier natürlich einfach mit dem Zaunfeld weitergehen können. Und wenn wir doch einmal ein Zaunfeld irgendwie kürzen müssen, dann am besten eine einfachen Winkelschleife zur Hand nehmen, natürlich Schutzausrüstung nicht vergessen, also unbedingt Brille und Gehörschutz anziehen. Das Ganze hier einfach einmal abtrennen, danach schauen, dass diese Stäbe hier außen mit einer normalen Pfeile am besten noch etwas entgratet werden, dass man sich hier natürlich nicht schneiden kann. Und die abgeschnittene Stelle bitte mit so einem speziellen Farbspray, wo auch noch ein Rostschutz integriert ist, noch einmal drüber gehen, dass wir hier natürlich keine Roststellen am Ende haben. Und somit haben wir unseren Doppelstabmattenzaun auch schon richtig montiert und wenn dich diese Befestigung hier nicht stören, dann am besten einfach mal für eine Woche stehen lassen. Dann ist der Beton auf jeden Fall schon fest genug und wir können diese Halterung natürlich auch ganz einfach entfernen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Zaunpfosten, einen Doppelstabmattenzaun oder natürlich so ein spezielles Farbspray dafür zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und dann kannst du meinen Kanal noch hier oben sehen. Und dann kannst du meinen Kanal noch hier oben sehen. Vielen Dank.